Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Minecraft, ne nicht Minecraft. Stopp, halt stopp, wir spielen Magica, mein Gott. So mit dem David, ey, das war so schon drin, diese Begrüßung, dass ich da Minecraft... Ich muss erst mal sterben jetzt hier. Ja, bestrafen muss sein. Ja, machte Gewohnheiten, Leute, ne? Machte Gewohnheiten. Unglaublich, junge Leute. Wir sind bei Magica, genau. Wir suchen oder wir bahnen uns immer noch den Weg zu den Minen von irgendwas. Warte, warte, dann machen wir... Ich würde gerade sagen, ich freue mich zweimal nicht, dass wir hier runterfliegen. Oh, da, hier ist ein Kontrollpunkt. Ja, aktivierst du den? Ja. Heute hat er gerade irgendwie nichts. Ach ja, Teleport. Ich konnte mich rüber, ich konnte nicht rüber. Ja, schwarze Gehr auf die Wien. Ja, äh, sofort, wahr? Äh, A-S-A. A-S-A. Ich vergesse es immer so schnell. Achso, wir müssen erst mal die Schäder wegmachen. Oder runterschubsen. Pass auf, dass du mit mit runterschubst. Oh, der hat noch ein Schild. Ja, ja! Jetzt den krieg ich. Oh, jetzt sind wir den da oben, Typen. Da kommen erst mal viele. Oh, dann warte, warte, dann müssen wir Feuer reinmachen. Äh. Boom. Ich will mich hier mal kurz heilen. Ah, Mist. Ja. Ach, hier brenne ich. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Bäm. Bäm. Ich hab den Bohren geschützt. Alter, der hat mich eingefroren. Der, das gibt's noch gar nicht. Der hat mich eingefroren. Hui. Alter, hast du den wenig gesehen? Ach, der hat diese Frostklinge. Darum friert er uns ein. Da hab ich jetzt auch eine. Äh. Na ja, danke. Sei auch ne Frostklinge. So, ist alle tot? Ja. Lass mal in die Höhle gucken. Vielleicht ist da wieder ein Buch. Äh. Hä? Warte, ich komme auch. Leute. Das sieht man hier rein kann. Aber jetzt anscheinend nichts. Mir wird gleich nichts einsam. Sorry, ich wollte mich hier aufwarten. Kann ich nicht mal Sachen nehmen. Und da kommen noch mehr Leute. Oh, verkehrt ist. Aber jetzt kann ich sie doch nehmen. Kann ich sie doch nehmen. Kann meine Sachen nehmen. Ja, ich beschäftige die so lange. Hier, da musst du Feuer reinmachen. Kurz. Boom. Ah, ich brenne. Was denn, ey? Oh nein. Nein, ich bin eingefroren. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Werb. 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 Böden. Ich bin tot. Das. Auch nicht eingefroren. Wieder eingefroren. Wieder eingefroren. so jetzt aber jetzt bin ich jetzt bei der Zeit mein Stadion soll er oder wird auch noch mal nicht wahr da ist noch einer auch weiter hat mir aber jetzt ganz schön schade der wegschirme gut wir waren erst mal hier jetzt wird hier weggebrutzelt hier immer drauf da nicht ja 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 easy mal da versteckt sich Puls, da verschickt nicht mehr. Oh, ist die Musik auf jeden Fall leiser. Sehr gut. Oh, ein Kaffee. Ein Zaubertrank? Eine Urne. Ich glaube, ich habe die Mine gefunden. Ja, das ist die Mine. Oh, warte mal kurz. Weg, weg. Ich werde nochmal kurz den Metroid reinschauen. Ah. Wo die Lunterung sind. Ach so, okay. Kann man hier noch, warte mal. Okay, kann man nicht. Kontrollpunkt, sehr gut. Kontrollpunkt. Hallo, Herr Vlad. Der Myrko-Sumpf kommt auf jeden Fall nach der Mine. Sehr gut. Myrko, der gute alte Myrko. Myrko, der war schon da. Ah, hier sind überall Fässer, die explodieren können. Müssen wir aufpassen. Die Wichteffekte, die hier drin sind, sind richtig cool. Ja. Okay. Okay. Kommt man wahrscheinlich eh keinen Witz mehr. Trinnen. Bist nass? Ja, 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 ja. Äh, nehmt das. Auf der Neiva-Strahl, zack. Soll man das hier kaputt machen? Ich frage mich, was ich wohl hinter diesem... Okay, hier, komm, machen wir mal volle... Hat ja super geklappt. Warte mal, vielleicht müssen wir da was anderes machen. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Ja, aber ich möchte da durch. Was gibt es denn noch? Hat er auch immer macht. Der hasst ja gerade Stein... Äh, Steinbock, ne? Und Stein, ne? Na ja. Gut. Ach, wir haben wieder Schilder hier. Schöner, Parallelstrom ist schon vier. Oh, da kommt man gar nicht hoch. Hä, wie tötet man den denn? Ah, ich weiß, wie. Ja, mach mal. So, hier ist du links, ich gehe rechts weiter. Ja, klar, mach. Ey, schubst mir deine Kameraden hier nicht rüber. Komm, ey, schubst mal hier rüber, bitte, hier. Hopp. Alter, die geht wirklich rüber. Da kam ich dir ein bisschen. Geil, wie geil ist das? Warte mal, hier drüben liegt ein Kollege. Boah, Stab des Feuers. Geil. Jetzt? Irgendwie passiert nichts. Du hast Aura um dich mit Feuer wahrscheinlich. Also wahrscheinlich, wenn du jetzt irgendwo stehst, dann kriegt der Gegner einen Feuerschaden, oder? Kann sein. Irgendwann kurz hochheilen. Oh. Zack. Zack. So, Tür auf. Die sagt wirklich aus. Okay, dann machen wir mal. Mit Feuer, ohne Feuer? Ist egal, glaube ich. Ups. Aber mit Feuer sieht schön aus. Ja. So, mit der Tür ins Haus fallen. Guten Tag. Ich habe hier einen Staubsauger für Sie. Und treibend. Wurde. Ach, wollte ich auch machen, aber irgendwie. Oh, hier müssen wir wahrscheinlich... Aber dunkel hier. Ah. Generator anmachen, oder? Generator. Generator. Sehr gut, David. Cool. Oh, oh, spinne. Oh, das ist aber wie Diablo, ey, hier. Ich lade auf. Ich lade auf, ich lade auf, ich lade auf, und... Oh, oh, oh. Hab da drüben schon mal aufgedruckt. Wer will noch mal? Wer hat da nicht? Liebme Wunde. Ah, ne, da nicht. Oh, fetter. Fetter mich mal auf... Eieieie, ich geh immer ein bisschen weg. Brenne? Oh ja, der hält viel aus. Ja, der hat auch nicht abgesehen. Ja, mit gekreuzten Strahlen geht das. Putz. Was ist denn wieder hier? Putz. Na, du musst da runter, mein Junge. Äh, gibt Pfosten, ist bestimmt dein Weg. Dann gibt es hier einmal ein Messer. Da muss er brutzeln. Da hätten wir drüben, der, der brutzeln war von hier. Sagt. Sagt. Der fast tot. Ich wollte gerade sagen, der fast tot. Ah, ja, ja. Ja, da ist der nächste Generator, den wir wahrscheinlich anmachen müssen. Okay, dann mache ich ihn über das Viech da an. Ey, voll geil gemacht, ja. Das ist der richtig gut, wo war man dank. Links noch hoch. Äh, links über hoch. Da nehmen wir erstmal links hier. Boom. Bam, die sauseinanderfetzen. Ne, die ist leider nix. Aber könntest du mal rüberballern. Aber wir können ja auch eigentlich schon auch so rüber teleportieren. So, ich mache aber erst ein Gegner in den Kopf. Oh, 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 ich bin ein Mutti. Ich bin ein Mutti. Der hat gar nicht gesehen. Ich muss weg, ich muss weg. Ich bin tot. Nein, ich kann mich nicht bewegen hier. So, du musst wahrscheinlich rüber, war. Na toll. Fahr das mal rüber. Ja, weil ich muss mich mal kurz hier hoch ein. Bestimmt, weil ich rübergegangen bin, hast du? Da hat die Kamera geändert. Was? Haben wir die Spiele schon getötet? Ja, ich habe die schon getötet. Das ist das verkehrte Schild. Dann muss bestimmt wieder einer hoch. Komm mal mit, ja. Oh, das war früher. Das war ich. Ich wollte gerade sagen, warum. Das ist ganz so viel Schade. Oh. Und? Ist auch ein mieser Tod. Warte, ich muss mal kurz. Aua, feinkommen. Ach du, ach du auch, ja? Ja. Alter. Gut, da können wir jetzt den töten. Was? Ja, müssen wir jetzt wieder zurückkommen? Ach nee, können wir nicht mehr, ne? Können wir die da unten töten? Weil, eigentlich hätten wir ja auch da lang gehen müssen, ne? Hallo. Oh, oh, oh. Ei, 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 ei. Oh, 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 ich brenne. Alter, weiter. Da, ja, gerade schmürzt. Kassiert, ey. Ich bin tot. Alter, das gibt's doch nicht. Der Fallbogentyp da, der macht zu gut Schaden. Oh, verkehrter. Ja, ja, der fette. Oh, der war gut. Der war gut. Hä? War das, Alter? Das war einfach nur Steine. Dicker Stein reingefeuert. So, den machen wir noch fertig und dann war's halt schon von der Folge, leider wieder. Geht echt fix. Gut. Stellen wir uns mal hier ins Licht. Und ja, dann bedanken wir uns für's Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Jeden Tag um 17 Uhr Magica und Wispus durchhaben. Ja, das war der David. Und das war der Cyrus. Genau. Auch cool, Abmoderation. Ja, bis morgen. Ciao. 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 Ciao.